Musik 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 Moin Leute und herzlich willkommen zu einem Co-Op-Spiel mit dem Marcel LP-07. Moin moin. Mein Name ist Mr. Heiko und jetzt haben wir F3 im Co-Op-Operation. Äh, wie heißt die nochmal? Exodos. Exodos, genau. So, die beiden verpissen ich erstmal hier beobachten. Okay, dann gehen wir schon mal da vorne. Heiko, du mit deinen Gedanken. Ja. Ah, bewegen. So, ich schnapp mir auf die 2, die Sniper. Ja, ich bleib bei der Jablend so wie gestern. Aber wenn du willst, kannst du hier noch ne Jablend aufnehmen. Äh, ich hab noch einer. Du, Sniperkönig. Wollte ich. Waffenluster. So, und los geht der Kampf. Dann lege ich mal hier los mit Dauerfeuer. Treff ich überhaupt? Wo kämpst denn du schon wieder, Eiko? Oh, nicht, nicht nett. Was? Du bist nicht nett? Ne, die sind nicht nett. Wann sind die das mal überhaupt? So, den habe ich jetzt an der Breitseite vergeben. Ah, da. Ne? Klar doch. Einmal Unterstützung. Auf der Weg. Moin. Die Sanitärer ist da. Rundgruß, hallo. Moin moin. Äh, geht das schon wieder so los wie gestern? Hallo, hallo. Goh, zwei Bann. Granate. Ich muss mir erst mal hinlegen. Och, nee, ernsthaft. Hi. Keine Ohren wirfen? Nee, schade. Ja, das ist so üblich bei uns. War gestern auch schon so. Erst war Dieter. Granate ist geworfen. Ja, ich habe Granate geworfen. Ja, ich auch. Nehme ich wieder meine Taktik von gestern nach unten? Ja, nehm ich. So. Hm. Da ist noch eine Jevelin. Ah, da. Da. So, jetzt geht's ran. Jetzt habe ich meine Waffe. Äh, halt mich mal irgendwie im Auge. Dass das weiß. Verdammt. Äh. Ich brauch mal Hilfe, ne? Schon wieder. Äh. Rettungsgust ist unterwegs. Au. Ja. Und bei mir hat sich gerade da so leicht das Game aufgehangen. Rettungsgust ist da. Ja, ja. Ja, kann man den auch schlugen. Ja, ja. 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 Ja, ja. 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 bade also kann ich mir erst mal ein panzer der panzer also panzer so was du dich da hinten drum dann kann ich erstmal schon mal hier treten hinlegen konnte machen er gesagt dieser panzer bieten nach beben und jetzt ich habe gerade so ein bisschen backen gehört das merkt deswegen ist er da hinten ja ich mache erster ist ab wie ist hier schneller er ist da ja jetzt kann ich nach beben dann hole ich erstmal noch munition ja komm ruhig her ja wo bleiben hier unsere nazis hä quats ab ich hör sie nicht schon ach fail ist heute falsche uff verlegen der hate warst du dort bei der mg oder diese durchfeuern das war ich da wo bleiben sie den duit vorsicht nade überquert die brücke wer die nade du hast du den grünen nade ich werde jetzt mal ihn nachladen hmm claymore panzer ich glaube panzer kommt kann gar nicht sein kann gar nicht sein naja ich hab ihm wackeln gehört ok oder gesehen er gesagt bist du die überhaupt doch da hi was hast du für eine waffe sunny schwe Moss scweiler jetzt kommt es nach eben ay Das muss man hier mit Dauerfeuer geben, ey. Ja, ich würd mal sagen, falls bei einem von uns in der Aufnahme so Mini-Rockler sind, das ist ganz normal bei einem Spiel. Oder beim Sarazar LP auch schon gesehen hat, oder beim Herr Sarazar, wie er auch so gerne genannt werden möchte. Wie viel FPS hast du? Ich habe 12, gerade 11. 17. Egal, meine Aufnahme ist eh besser, also. Aaaaah, Rückzug. Ich brauche doch immer diese Waffe. Ich werde mal etwas mit meinen Raketen verspielen. Alter, wo sind die? Äh? Was denn? Ich bin gerade immer da direkt bei ihnen gegriffiert. Alter, wo? Äh, da folgen die gerade auch. Wo? Ja, die sind bei mir hier vorne irgendwo, ich find's aber nicht. Ich darf mal ein bisschen Raketen an. Oder Granaten, sagen wir so. Besten, kommt dran. Ja, Panzer kommt. Nee, Panzer kommt noch nicht. Ja, es kommen die ganzen Leute. Naja, Claymo liegt da. So, bleibt der. Ah, fuck! Das ist das. Unsere Kollegen sind da. Ja, jetzt kommen die hier oben. Ja, komm! Was? So einen Granatpfeffer hoch, äh, Granate hochschießen. Du wichser, du. Oh, Sunny. Was? Schon wieder? Ich dich am besten hin? Bin ich. Tut ich da was? Ja. Komm, 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 komm. Geht doch. Versuch mir irgendwie immer unten zu bleiben. Bah! Headshot, Mann. Oh nein, ey. Jetzt bin ich auch noch bei einer Erinnerung, ja? Die können mein Backspit abziehen. Äh, ich hasse das. So, bei mir gibt's immer kurz ne kurze Aufnahmeunterbrechung. Wieso? Und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ähm, leg dich mal hin. Heiko, was ist los? So, bei mir sind wir wieder da. Achso, okay. Und... Es kann weitergehen mit dem Gemetzel. Im Battlefield 3 Co-op. Genau. Da kämmt er. Ja, da kämmt er immer. Das war eher jammer. Das war nicht mal ein Truck. Ah, die sind da oben, 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 oben. Unsere Freunde. Ja, ach nee. Die machen einen fettig da oben, ey. So ein fettiger... Brauchst du rüber? So, kann halt auch. John? Ja. Ja. Den wollte ich haben. Hast du deine Seite schon clear, oder? Fast. Ja, weil ich andauernd, äh, beworfen... Äh, hier... Abgeschossen werde. Ja, ich sieh's halt gerade nicht, ey. Deswegen. Was ist das Ding. Na von wo? Ey, das war nur im Ernst. Abgehen. Ja... Nochmal. Loll, wenn er sich wegbuckt, ey. Ha, ha. Ah, du, 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 du... Komm her, komm her, komm her. Nehmen wir uns schon mal das MG für gleich Wenn wir da hinten wieder campen, weißt du ja Von wo Kann das sein, dass der Panzer da ist? Ja Warte Warum sind die Trippen hier nicht hochgegangen? Die sind schon hochgegangen, Busser Ja wo bleibt denn die Jappelin? Kommt Ist er down? Nein, ich warte Mach ihn, 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 mach ihn zu schlecht So, jetzt ist er down Sauber Leul, ihr seid, war ein Stütz, ey was soll ich noch einmal auf was kann man mit mal jetzt hier und auf auch so auf etc war das durch claymore das habe ich dann hier noch ich hab drin da jetzt noch ruhig wo sind sie denn okay auf vier habe ich die so tippe ist alles down so sehen so ein granatwerfer macht schon einiges hin also ich weiß gib mir mal deckung ja auch deckung ist da ach da war das jetzt die speselforce muss man wieder aufräumen na ah verteidigt das us-camp okay toll ist hier ist ein online gekommen von mir regal leck ich bei dir irgendwie gerade rum so ausrüstung die wieder rüber ja für das weibliche hier wird man im wollen ja von links kommen erst links dann rechts dann hatte ich mal den granatwerfer nach macht das würdest du nicht das hat man denkt daran ende kommt einer auf dem dach hier hinten offen gegenüber von uns ja ich weiß wo er ist eigentlich kann man sagen direkt gegenüber von mir so ja das ist alles so geplant dieses dauerfeuer hast du überhaupt eine stoppruhe an auch ich schon ich bin Daaa bist du! Wuhuuu! Scheiße, ich muss nachladen. Schon wieder. Katze, ich weiß. Daaa... Daaa... Friss... Friss... Äh? Ach da. Wuhuuu! Ich glaube, ich brauche bald einen Manic, wenn's so weitergeht. Okay, ich mach mich bereit für den Panzer. Jo, tu dies. Da kommen welche? Ach, oder ich helfe dir erst mal kurz. Äh, ja... Ich wollte schon gerade sagen, Panzer ist da, aber... ... das hätten wir ja gehört. What the hate! Schau mal um die Feinde, sonst bin ich gleich tot. Hinterm weißem Wagen hinten. Ha, ha! Bist du, das war... äh, bist du, witz? Ich sehe den von hier auf mich schießen. Wo kam denn der Panzer jetzt von links? Ja, von links. Äh... Sniper, oben im Dach, würde ich mal sagen. Äh, ich muss jetzt mal sehen, wo er genau jetzt ist. Ich hab nur so'n Pssst gehört. Glaub ich hab ihn. Boah, Alter, muss ich jetzt ernsthaft noch mithelfen hier? Komm her, du Scheiß-MG. Glaub der Panzer kommt. Ne, glaub ich ja weniger. Nein, er kommt nicht. Äh, okay. Wir haben da, glaube ich, noch ein Problem oben auf dem Dach. Oder? Nicht mehr. Ja. Wollte ich gerade sagen. Panta kommt? Jo, ich seh's. Boah, Alter. Boah, Alter, der macht mich kalt. So, zwei da. Tonto down! Ich fuhu mir mal kurz Munition, sonst bin ich nämlich gearscht. Komm raus, du Sackgesicht. Ich hab dich gesehen! Wow. Die Explosion war nah. Ja, sollte auch so sein. Aha, schon wieder ein Sniper. Wieso schon wieder? Nein. Doch, hab ich gesehen. Wir können runter, aber lass mal stecken. What? Okay. Ich bin weg. Epp, Sackgesicht. Na? Das sind die Special Forces. Wir verziehen uns. Bis denn, man sieht sich. Man sieht sich im nächsten Kampf. Wo bleibst du? Ich bin hier beim Helion. Äh, ich bin auch da. Ja, da bist du ja schon. So, die Special Forces rücken ab. Moin, Kollegen, wie geht's so? Bringt ihr uns mal nach Hause. Wollen wir immer noch ne Mission aufnehmen und dann einen Cut machen? Ja, mal schauen, ne? Wegen, mein Schneideprogramm spinnt nämlich rum deswegen. Tööö. Ja, ich würd mal sagen, das erste von uns haben wir überschritten. Verstanden. Ja, überboten. Das haben wir so. Vorher hatten wir 4.592 und haben 18 Minuten gebraucht. Jetzt haben wir 7.309. Bereitlich ganz in Ordnung, oder? Äh, alte Bestpunktzahl. 7.732. Äh, 23. Ich hab eins nicht überboten. Ja. Also, dann würd ich sagen, machen wir erst mal kurz nen Cut. Und sehen uns dann gleich bei der nächsten Koop-Mission wieder. Jo, bis denne. Ciao.